DJ Ötzi besuchte am Mittwochabend auf seiner Center Tour den Kastler City Point. Im Gepäck hatte er zwei seiner neuen Lieder vom jetzt erscheinenden Album Es ist Zeit. Den 1500 Besuchern gefiel der Auftritt, es wurde getanzt, geklatscht und viel fotografiert. Der Schlagerstar aus Österreich war wegen einer Erkältung leicht angeschlagen, doch davon ließ er sich auf der Bühne nichts anmerken. Nach den drei Live-Songs schrieb er für die Fans eine Autogramme und ließ sich mit ihnen fotografieren. Spektakulär, wirklich intergalaktisch, so viele Leute, mit denen ich nicht gerechnet habe. Danke, dass ihr da wart.